Oh Gott Und eine ganz herzlich willkommen Entschuldigung Und eine ganz herzlich willkommen Zum neuen Ja... Genues Party von Let's Play Heute mal dachte Lachs Ich frau mich drauf ihr Lieben Leute von heute ist das Gauge Genau ihr Leute Die frau ihr dies So Ja Sehen jetzt gleich was wir Rolli automatisch nach unten tun können Nach unten ziehen können Let's go Automatisch Ich bin hier bei euch Und das wird automatisch nach unten gehen Ihr Lieben hier ganz dunkel Guck mal auf einmal ganz dunkel Gut oder? Finde ich auch ihr Lieben echt geil Das Gauge genau die Schweine So es geht weiter Ich frau mich drauf heute Ja ich würde sagen wir machen mal heute so eine Schöne Ausfahrt Go genau ihr Lieben Leute ich war heute Alles klar Leute ich war heute Ja schön dass ihr heute auch hier da seid Ich glaube ich war heute geil Schön dass ihr auch hier da seid Ich frau mich einfach nur drauf heute mit euch Einen schönen Party von Let's Play Einen schönen Party Einen schönen Party Ich war heute mal wieder Zeit Dass ihr auch mal wisst was ich hier so mache Gerade hier und wo ich gerade bin Ja ich bin gar nicht im Urlaub Und das werden wir ja auch Genau sehr gut Ich frau mich drauf und ich hoffe auch Ja Hab heute eine gute Laune Gefühl halt in eurem Herzen Wenn es geht Und ja also Geh mir echt gut Jetzt könnt ihr euch gar nicht vorstellen Sorry Entschuldigung Und ich freue mich drauf auf mehr Auf mehr Urlaub Aber ja Bis jetzt habe ich ja noch eine Woche Urlaub Ich habe euch noch eine Woche Urlaub Eine Woche ist vergangen Und eine Woche Urlaub Habe ich jetzt noch in den Leuten Ich bin heute Und deswegen ja Werde ich jetzt noch mal eine Woche Vernacht Nicht nachverlässigen Nicht nachverlässigen Nicht nachverlässigen Genau wir werden es auf uns Wir werden es auf jeden Fall nicht versuchen Jetzt hier Zu Zu vernach Zu vernachlässigen Also alles gut Dann würde ich sagen Ja ich rede mal ein bisschen jetzt hier Und das ist dann Dann ist auch alles wieder gut Dann ist auch Hebti da alles am Start hier Sehr gut Ja Ich würde sagen Werde es auf jeden Fall Echt coole Sachen gemacht Zu Sachen gemacht Sogar am Strand Halb spazieren An beckeren Fischgästen Und die Fischbrüche Oder auch die ganze Fischkram Hier in der Nordsee Der ist ja echt wunderschön Und der ist auch echt lecker Hier mal und nach Genau Also eigentlich ist das Sehr lecker hier mal und nach Also es ist nicht so Jetzt für euch halt Ja mal Sache Aber ich finde Fisch ganz lecker Und ja Ich esse es nicht Ich esse es nicht Fisch Hase ich gerne Fisch Also ich esse es nicht gerne Betrieben Fisch aber Ich esse schon Fisch dorten gerne So scheulen Und so was Das mache ich ja nicht zu gerne Aber so Fisch Zum Beispiel Lachs Lachs auch echt lecker Teelachs Also die da Dieses Kammlachs da Die da die da Die braten Die ist lecker Das ist echt lecker Das ist schon echt Sauber lecker Super lecker Super lecker Genau Und ich würde sagen Das zu fast Das gleiche ist Dass ich auch jetzt mal aufhören soll Hier mal zu sprechen Ja was mit meiner Sport Sache hier los Ich würde ja meine Sport Abnehmen Also eigentlich ist es okay So wie es gerade ist Ihr Lieben Ja Und du kannst dich auf jeden Fall So sehen lassen Ihr Lieben Also alles gut Ja ich freue mich drauf Auf mehr Action Auf Mehr Urlaub Und das ist einfach nur Kraft Die ist gerade einfach nur ab Echt geil Zack Ungeworne Ungeworne Und zu vieler geworden Heiler 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 Wie geil ist das denn Ihr lieb ich feine Ja schön Das freu mich ja sehr Los geht's Let's go Genau ihr lieben Mal So Es kann losgehen Ihr lieben Und los geht's Genau Ich hab Ich hab einfach so Bock drauf Wie die strecke auf Diesen ganzen Erzählungsspaß Den ich hier gerade Einfach nur Ablieferer Es geht los Let's go now Ok Ja Was hab ich denn noch so gemacht Im Urlaub bis jetzt Ich hab mir ganz viele Sachen geholt So verschiedene Ja so findet halt Und mir auch Schon leckere Sachen zu gönnen Also ich Ich muss mir auch verschiedene Sachen gönnen Weil ich dann auch Richtig gut Genießen kann Meiner Meinung nach Genau Zum Beispiel ein leckeren Eis Also einen leckeren Ist kein Eis Die aber halt So einem Titi Kennt ihr den Titi Es ist so ein Joa Es ist ein Ich weiß ich auch nicht Es ist ein Bio-Aisti Aber den gibt's auch Den gibt's im Edeka oder so Es ist nicht Es ist nicht Es ist nicht der Der Hit Der vom Bio stammt Aber es ist schon Der mit Bio-Kräutern Und so ein Gramm halt auch Verbindung wird Verbunden wird man Entschuldigung Es tut mir leid Es tut mir leid Es tut mir leid Alles klar Joa Das War auch immer gut Und ja ich habe mir auch ein paar Spiele gekauft Wie man auch gesehen hat Wer auch gehört hat Habe ich mir zwei Spiele gekauft Jetzt weiß man seit gestern Oder heute Nacht Seit heute Nacht weiß man auch Was ich mir für zwei Spiele gekauft habe Einmal Tipsonic Racing Und einmal HelloNerbear Hide and Steve Und diese sind die Splays Diese zwei Splays Haben sich echt ganz gut gerade Ja halt schon sagen das Auf dem Kanal Bis jetzt sind ja Relativ gut auch Ohne schlechter Laune Mit Leuten auch gut ankommen Also schön schön dass es euch gut gefällt Schön dass da Ja so ein Jahr bis zwei halt auch gucken Finde ich schön dass ihr auch Bock drauf habt Das Frau ich auch sehr liebend Dass ihr auch dabei sein könnt Und dass ihr auch Das auch gerne möchtet Und ich glaube am 27. Juni ist dann Noch ein geheimnis Display Am 26. Juni werde ich Voraussichtlich Fire Emblem 3 Houses bringen Das kommt ja auch schon diese Woche raus Und da habe ich echt ultra Bock drauf Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen Die lieben Und das Ist halt überraschend Weil ich mir erst mal Gehör aufkaufen möchte Aber ich habe mir gedacht Komm Überraschung Überraschung Das muss auch mal sein Ihr Lieben Leute noch mal dies Okay sehr gut Sehr gut Komm mal ab Du Idee hier Sehr schön Sehr schön Okay bis jetzt Echt eine schöne Spannende Urlaubsphase Nicht immer Aber auch schon Ja so 80% würde ich schon sagen Ihr Lieben Ja auch lecker essen Schnellt heute Es ist einfach so geil Einfach Anderes Auch wenn ich Nicht dachte ob ich Wie es aufnehmen kann Ich bin so glücklich Weil ich Wie es aufnehmen kann Ich weiß Also leider Dauern die Videos leider länger als Zuhause war mir Also ich bin froh Und die nächste Wie es auch hochladen kann Die dauern halt Ungefähr 2 Stunden Aber ach komm Ist doch egal 2-3 Stunden Also 4 Stunden Aufnahme kostet ungefähr 2-3 Stunden Zeit Das ist schon sehr viel Zeit für mich Aber okay Gut Da muss ich vor mit leben Ist in Ordnung Zumindest habe ich gestern noch Eine High and Seek Unboxing Folge gemacht Ist ja auch geil Schön Sehr gut ihr Lieben Und jetzt freue ich mich drauf auf Märkchen Ich hab so Bock drauf ihr Lieben Auf Märkchen Auf Märm Charakterdex Let's go genau Los geht's Los geht's Let's go So Ja was gibt's noch heute Blau Besprechen Ja ich würde sagen Wir sprechen mit Nächste woche Ich komme nächste woche So angefangen der woche an Und das wird auch echt geil Ich glaube Ich habe es Ich habe es noch ein paar Ein paar noch Für die pro Für die ganze woche noch Am start Am start Und ja Das kann ich ja auch ändern Wenn ich jetzt halt noch Wenn ich jetzt noch ein paar Displayvideos hier auch Aufnuch kann Ist auch alles gut Und da würde ich sagen Geht es auch jetzt weiter Nicht mehr mit Action Nämlich mit dem Trailer Schöne Tag noch Und ich danke euch Wo ist denn bitteschön Das Das MK8 Lachs Video Danke Dankeschön Rolle den Hof bittte Roger den Hof bittte Rate den Hof bittte Danke schön Okay hoch mit dir Ja. Das war's für heute. So, jetzt bin ich jetzt noch eine Spannung, auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. So, ihr lieben euch heute, ich bin ja so, und ich freue euch, dann kommt eine schöne Aufmerksamkeit. So, ihr lieben euch heute, ich bin ja so, und ich bin ja so, und ich bin ja so, und ich bin ja so. So, ihr lieben euch heute, ich bin ja so, und ich bin ja so, und ich bin ja so, und ich bin ja so. So, ihr lieben euch heute, ich bin ja so, und ich bin ja so, und ich bin ja so.